Köln, bei einer bescheidenen Preisvorstellung sollte die Händlerkarte bei Bares für Rares doch eigentlich kein Problem sein. Ein Vater-Sohn-Duo musste aber das Gegenteil erfahren. Ulrich und Lukas Brüggemann aus Baden-Württemberg kommen mit einem Kunstobjekt von Mark Rothko in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Waldzwerks bei Köln. Das Gemälde ist beim Aussortieren bei Bekannten liegen geblieben, erklärt Lukas dem Moderator der beliebten ZDF-Show, Horst Lichter, 62. Das Original ist ein riesiges Bild, nahezu drei Meter groß und zwei Meter dreißig hoch, so Experte Colmar Schulte-Gohls, 51. Rothko gehöre zu den bedeutendsten Malern des abstrakten Expressionismus. Das vorliegende Bild sei eines seiner berühmtesten Werke, zudem seien die Bilder von Rothko international heiß begehrt. Wenn das vorliegende Bild im Original auf den Markt käme, wäre es ein zweistelliger Millionenbetrag wert, weiß der 51-Jährige. Doch der vorliegende Druck ist eine Enttäuschung. Er sei weder signiert noch in einer limitierten Auflage erschienen. Expertise ist für die beiden Bares für Rares Kandidaten ein Schock, also können wir davon ausgehen. Es ist eigentlich ein Proster? Will der frühere TV-Koch Lichter wissen. Es ist in etwa so, als hätten wir einen Nachdruck der Mona Lisa vor uns, stimmt der Experte zu. Für die beiden Verkäufer ist die Expertise ein Schock. Aus diesem Grund sei das Vater-Sohn-Duo auch schon mit 50 Euro zufrieden. Doch der 62-Jährige hat keine guten Nachrichten für Ulrich und Lukas. Wir haben ein Problem, so Lichter und ergänzt. Seid mir nicht böse, ich kann euch damit nicht zu den Händlern lassen. Somit schickt der Entertainer die beiden Kandidaten ohne Händlerkarte nach Hause. Bares für Rares läuft von montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.